hallo hier ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun montag den vierten vierten 2022 und ja bisschen eiszeit steht uns bevor man hat sehr großartig angekündigt rossland will uns das gas abdrehen oder sie wollen es nicht sie wollen uns ja weiter beliefern nur unter den bedingungen dass wir rubel akzeptieren und deutschland wie auch andere länder haben ja klar gesagt dass sie das nicht wollen und das ablehnen so das heißt es dürfte eiszeit werden im dax und die letzten tage hat das thema schon glaube ich ein bisschen den markt belastet man hat geht ja davon aus dass das so einen chemiewert ein bisschen zug rein bringt die nach unbelastet gibt es auch firmen wie thyssenkrupp die ganz offen sagen also wir sind da nicht mehr geschäftsfähig wenn wir kein gast mehr bekommen und dementsprechend wird das für den markt hier eine gewisse relevanz haben sollte es denn da tatsächlich dazu kommen ich muss nun ganz ehrlich sagen ich habe das jetzt vor drei tagen gehört ich achte nicht auf nachrichten ich suche das auch nicht mehr aber um ein oder andere wird mir doch immer wieder zugerufen und das ist jetzt drei tage her als sie ist vor drei tagen in einem tag also ab morgen bin sehr gespannt also eigentlich habe ersten vierten sollte jetzt hier kein gas mehr fließen bei uns ich weiß nicht ist hier nur überall warm im umfeld man sieht ja noch keine leute die irgendwie mit heizdecken oder auch keine ahnung mit decken draußen rumrennen weil sie in der bude frieren bin ich sehr gespannt wie sich das entwickelt man kann natürlich sein dass die letzten zwei tage hier primär durch das thema nach unten gerieben wurden und wenn sich nur raus stellt na ja passiert nun auch nichts und kommt weiter gas dann kann sich das natürlich auch schnell wieder abbauen nach oben wir haben trotzdem natürlich die nachrichten immer bloß rein informativ im hinterkopf das bedeutet für uns sollten wir am montag sehen dass beispielsweise gas abgedreht ist und keins mehr kommt und der markt hier trotzdem nach oben stellen wir das einfach zurück handeln das was wir kommen und richten uns nicht danach was wir meinen was auf die nachricht passieren sollte der markt handelt immer eine gewisse erwartung wir haben uns angeguckt am freitag oder für das video vom freitag dass wir hier ein interessantes niveau angelaufen hatten von dem aus sich der dax auch gut erst mal wieder eine erholung rein begeben könnte haben darüber gesprochen dass er dann bestimmt hier so in die 5 30 5 40 reinläuft dass das ein sehr wichtiger bereich wird wo man dann messen kann okay stößt er sich von dort nach unten oder steigte geradewegs durch nach oben was dann eher positiv gewesen wäre das war die eine der eine punkteanalyse der antragpunkt war fallen wie unter 300 unter 270 nach unten raus dass entsprechend viel risiko im markt aufgehen kann und der dax durchaus nach unten ein paar gute meter handeln kann bis in den gap close bei 13 9 90 rein jedes mal gefühlt wenn wir diesen gap close 13 9 90 hinten mund nehmen macht der dax erst mal in die andere richtung ich weiß das auch nicht also das hat er jetzt wirklich schon ein paar wochen lang verweigert hier einfach diese paar punkte da unten zu zu machen da scheint es irgendwie ums grundprinzip zu gehen ich weiß nicht das irgendwie gekränkter stolz oder keine ahnung welches trauma er hier verarbeitet aber das gap will er nicht zumachen akzeptieren wir erstmal so nehmen wir so hin sollte unserem dax also zum montag sich hier weiter fortsetzen ist noch die 5 30 ausstehen das haben wir am freitag gar nicht gesehen er hat ja die 5 30 gar nicht erreicht er ist zwar gut nach oben losgelaufen hat aber den ganzen tag da eigentlich rumgeiert 500 war es brett oben immer wieder 500 500 500 500 die haben relativ oft gesehen 14 4 94 das war umso die zoll die angelaufen hat aber eben noch nicht die 5 30 das fehlt noch ein bisschen das könnte jetzt zum montag kommen sollte das natürlich früh gleich machen so sagen wir so 9 15 und er macht dort auf den punkt 5 30 und dann streckt sich richtig nach unten weg muss ein bisschen aufpassen weil dann kann die woche durchaus ganz schön holprig werden würde dann so laufen wie hier ein klassisches 9 15 hoch kriegen an die 14 5 30 und der dax schreckt sich dann wirklich wirklich sichtbar im anschluss nach unten raus und arbeitet auch den ganzen tag immer nur nach unten kriegen wir im ersten schritt hier unten das gibt dann zu naja also das ist hier so im bereich um 3 40 14.340 das würde dann schließen von 15 5 30 kommt würde aber hier wahrscheinlich auch durchsteigen bis bestimmt erstmal 2 70 sich dort dann erholen und späteren wochenverlauf beispielsweise dienstag mittwoch dann auch hier die 13 9 90 zu rammeln also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen wenn er jetzt am montag den start wirklich plus pullback macht hier unten dran 5 30 und dann nach unten weg dass das wäre eigentlich für mich so das kritischste was er machen könnte um nach unten zu kommen weil dann dann ist wirklich druck drin und dann legt den hier wirklich tief halten dann machte das cap dann noch zu und dann dann auch hier und dann hat man ich sag mal bis 13 9 90 von hier oben von 5 30 kommt fast 500 punkte platz erstmal für den schritt eins der schritt zwei würde natürlich auch weiterführen tiefer führen das haben wir am tag schon angesprochen und da sollte man einfach ein bisschen genauer hingucken dann steigt uns aber durch durch die 5 30 und auch die 5 60 die sind beide wichtig für 30 und 5 60 und etabliert sich darüber zum montag bringt uns nach 10 uhr auch 11 uhr 12 uhr 13 uhr neue tagessource rein wäre das eher indikativ dafür dass das ganze heizungsthema hier letztendlich am popo vorbei geht und dass er gerne oben raus arbeiten möchte und wenn wir das sehen dass der dax nicht nur über 4 80 notiert am montag sondern auch über 5 30 5 60 notiert am montag dann können wir ihm ruhig oben ein bisschen mehr zugestehen dann kann es bis rein in die 6 40 das kann aber auch schon bis 700 gehen dass er wirklich dann hier abwärtstrend einfach noch mal rein triggert der liegt jetzt so etwa bei 14.710 14.720 das wäre dann eigentlich so der perfekte anlaufpunkt wenn wie gesagt 5 30 5 60 überlaufen werden können also das wirklich die knackpunktzone für den montag da wird sich alles entscheiden und mehr brauche ich gar nicht mitgeben das sind die wichtigen sachen da drüber hoch da drunter geb 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 also platz ist unten schon genug ich denke das ist klar heißt aber nicht dass ich negativ gestimmt bin für den montag keinesfalls auch nicht wegen den nachrichten wir haben schon am freitag einen schönen leichten konnte gesehen er hat die 5 30 noch geschmät ich gehe davon aus weil er sich am montag damit auseinandersetzen will und ich richte mich einfach danach was macht dann 5 30 5 60 prallt er da bloß ab wie so ein dummer der sich einfach den kopf aufstößt und dann blutig zugrunde fällt dann dafür drauf gehauen halt na also das an der börse beim dax das darf man wenn jemand blutig am boden liegt dann muss man nicht aufhelfen da darf man ruhig weiter draufhauen portmann wegnehmen und so weiter und so fort das ist gang und gäbe an der börse na das ist das ist das ist die etikette dies dies als trader zu traden gilt und punkt punkt ende aus so machen wir das gucken uns die 5 30 65 an und wünsche euch viel erfolg zum montag haben wir uns morgen wieder bis dahin tschüss